Hey Leute, ein riesen Dankeschön! 204 Abonnenten, wie geil ist das denn? Und das in so einer kurzen Zeit, ich bin überwältigt von euch, wirklich abgefahren! Richtig geil! Haha! Okay, ich hoffe, es werden die nächsten Tage noch mehr und so mehr und mehr und mehr und mehr, bis wir irgendwann mal so an der 1000er Grenze angekommen sind. Wenn das passiert, wenn das passiert bei der 1000er Grenze und ihr kommentiert alle dieses Video, mache ich eine geile, fette Verlosung! Aber eine richtig geile, fette! So bombastisch, gigantisch! So richtig, guck mal, habt ihr das gesehen? Ich bin voll Specki-Bulletti! Ohne Scheiß, es gibt die Mega-Verlosung schlechthin! Und zwar bekommt ihr, wenn derjenige gewinnt, ich werde die ganzen Kommentare, die ganzen Abonnenten, die unter diesem Video jetzt ihr Kommentar abgeben, werde ich herausnehmen, in den Generator einfügen und werde auf den Knopf drücken und dann macht es Bing-Bing-Bing-Bing-Bing irgendwann und dann kommt dann der Name August-Ugo-Beo-Walda-Binubic, keine Ahnung, wer dann da gewonnen hat. Und derjenige, der dann gewonnen hat, der kriegt eine richtig geile Überraschung! Aber richtig geil! Ich schwöre es euch! Das wird der Hammer! Das wird der Hammer! Richtig geil! Bei 1000 Abonnenten, bei 1000 Abonnenten schwöre ich euch, gibt es die fetteste, geilste Überraschung von Sebi's Funny Channel! Ich gebe nur einen kleinen Tipp! Ich habe Pullovers gemacht, ich habe Mützen gemacht, ich habe Trinktassen gemacht, ich habe Honig, jetzt sage ich es euch! Ich mache euch ein richtig geiles, fettes Fan-Paket! So ein richtig geiles, fettes Fan-Paket! Mit einem Pullover, mit einer Mütze, mit einer Tasse, mit einem Glas Honig! Ach nee, mal zwei Glas Honig! Und natürlich eine Autogrammkarte von mir, ist ja klar! Okay, also, schreibt unten in den Kommentaren rein, irgendwas? Hi, Vogel, hi, Dummi! Oder hi! Freut mich! Keine Ahnung, lasst euch was Gutes einfallen! Ich freue mich drauf! Bei 1000 Abonnenten ist ja der Hammer! Meine Lieben, ich bedanke euch erstmal, ich bedanke mich erstmal für euch, für euch, mit euch! Ich bedanke mich bei euch für 204 Abonnenten, weil das ist ja schon mega krass geil! Also, ich bin überwältigt! Boah! In der kurzen Zeit, das geht ja richtig bergauf so! Hätte ich nicht mit gerechnet! Ach komm, bevor ich noch mehr Quatsch erzähle, schreibt in den Kommentaren rein und gewinnt das geile Paket! Ich mache demnächst noch ein paar geile Videos! Was heißt demnächst? Ich werde versuchen, jeden dritten Tag für euch Videos zu machen! Ich wollte euch voll spammen damit! So richtig geil! Boah! Na gut, nun ist Schluss! Also, meine Lieben, denkt dran, kommentieren! Ach so, und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich das jetzt machen! Weil das wird interessant! Das wird richtig interessant hier bei Sebo! Ja, echt! Wir machen nämlich alles! Vom Imkern bis zum Sondeln! Ach, vom Hochbeet! Bis zur Geisterstunde bis hin! Ach, keine Ahnung! Ihr könnt mir auch ein paar Tipps geben, was ihr gerne sehen möchtet! Ein, zwei Leute waren das schon mal! Die wollten ganz gerne, dass ich mein Essen fotografiere und was ich einkaufe! Kann ich gerne mal machen! Mache ich auch ein Video von... Also, nun ist wirklich Schluss! Ich wünsche euch einen abgefahrenen Tag! Ja? Denkt dran, Daumen hoch, abonnieren! Und wir sehen uns spätestens übermorgen! Dann kommt das nächste Video! Also! 最 höf! Detheld uns in denmodischen Chat! Ja, voll geil! Dann! Dannak δεν dich CU行 dafür! Basically, wir sehen uns so, oder? Da ist alles neu so, Jetztenfuhhender! Vielen Dank.